Ciao, ich bin Sandra, passando una settimana bellissima, guia al Valdiviemme a Carano. Jetzt auf Deutsch? Also, wir haben eine wunderbare Woche verbracht. Wir waren zwölf Teilnehmerinnen, beziehungsweise elf Teilnehmerinnen. Ein Mann hat sich uns angeschlossen. Ein super Gruppchen. Wir haben uns gegenseitig unterstützt. Wir haben ganz, ganz tolle Sachen gesehen. Und ja, der Unterricht war meistens draußen. Es war kein Unterricht, wie man sich in der Schule den vorstellen muss. Wir haben beim Wandern viel gesprochen. Wir haben uns ausgetauscht. Wir haben viele neue Vokabeln gelernt. Und ich kann nur jedem raten, wirklich sowas mal mitzumachen, weil es einfach eine wunderschöne Erfahrung war. Ja, überlegt es euch.